Befördert zu Star-Ingenieur... Boah, 1056 Semol... Semol... Semolions Sebastien wurde befördert und ist jetzt Star-Ingenieur Hallo, 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 willkommen zurück zu Dezems 4 Beim letzten Mal war der Livestream Hitbox, das Ganze wird noch nicht aufgezeichnet, deshalb muss ich kurz mal erklären, was da passiert ist Da ist nicht viel passiert, das Ganze kann man am besten mal ingame zeigen Wir gehen mal hier hin Also, ich glaube, ungewöhnlich war jetzt nicht viel, also gar nichts Wir haben nur festgestellt, dass Maurice statt Freund der Welt eher Feind der Welt ist Weil er gleich zu jedem hier böse wird, der in die Nähe kommt Und... Dass das Teil hier ein bisschen ungünstig steht, weil hier war Antonella und die kamen da irgendwie nicht mehr weg Wir haben mal angesprochen und bitten zu gehen, das ging dann aber nicht Hm Ah ja, das Radio hatten wir weggemacht, damit die nachher jedes Mal beide Musik anmachen und das Bücherregal haben wir mal da hinten hingestellt Gut Gut Also ein bisschen, weil ich haben mal umgedreht Vielleicht kann man das... Das Bücherregal nicht auch an die Wand stellen hier So Das Fenster nicht so verdeckt wird, sollte auch noch gehen Angespannt Nicht genug Training wegen Merkmal Aktiv Gut, wenn Training fehlt, dann geht's Reisen Gibt's uns Fits, Studio? Fett wie ein Turnschuh Fitness Ich krieg hier alles hin, das ist ja genau nicht so, oder? So, das ist natürlich das andere Fitnessstudio, das ist ein bisschen anders aufgebaut Gut Es gibt ja hier zwei, wie man sieht Mit Antonella haben wir ja schon im anderen So Schön dekoriert, wie in guter Umgebung Im Fitnessstudio Okay Das müsste jetzt runtergehen Jupp Maurice und Dodd kennen sich noch nicht Das Energieplan Das geht jetzt schon wieder los Lauf doch einfach... Fall doch einfach am Laufband Sich 10 Sims vorstellen, da haben wir jetzt auch schon 8 von 10 Gehen Ahh, ja Gut Jetzt wird hier noch Bläut doch mal ein bisschen mit Don Der fliegt hier noch runter, ich sag's dir. Oh, ja. Dann geht's ihm wieder da hinten. Noch, ne. Freundlich vorstellen. Lustig vorstellen. Muss man ja mal machen. Dann haben wir das nämlich durch. Neun von zehn. Juhu, was denn ist auf Arbeit? Der hier rennt weg. Da hat's nicht mal funktioniert. Über Interessen reden. Er läuft und redet. Was er alles kann. Ich will da schon fünfmal runterfallen. Hat die Fitnessfähigkeit erworben. Level zwei. Genau. Aufgrund seiner neuen Fitnessfähigkeit ist es Maurice nun möglich verschiedene Trainingsarten an Trainingsgeräten zu nutzen. Blablabla. Und mit ihm. Und ihm noch freundlich vorstellen. Weiter geht's. So, das haben wir. Da steht's. Da wird's mit anderen über Technik... Erinnerungstechniken reden. Das läuft hier ganz von alleine. Irgendwie. Ja, hier läuft's natürlich nicht so gut. Freundschaft schließen. Wir weit kennenlernen. Bücher zu Ende lesen. Diese Geräusche von den Laufbindern. Düster. Annika ist düster. Wie gestützt, hm? Tief. Ja. Geht das hier mit den Liegestützen auch? Rede mal nicht so viel. Mach mal Liegestützen. Hüftanz vollführen. Hüftanz vollführen. Why not? Einen Freundschaft müssen wir ja eh noch schließen, also. Das Spiel reden. Das Buch reden. Mehr Auswahl. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Zuspruch geben. Gratschen. Tag war schön an. Weil hier irgendwo... Blablabla... Blablabla... Nicht mehr umarmen. Und danach sollte er vielleicht mal duschen. Alles klar, gibt's hier oben duschen. Und dann... Dampfende duschen. Meilenstein erreicht. Moris hat neu in der Stadt. Irgendwas beschrieben. Absorbiert. Ok. Jetzt kommt was Neues. An drei verschiedenen Orten neue Sims kennenlernen Und Level 4 der Charisma-Fähigkeit erreichen Okay Erstmal duschen hier Und dann geht's weiter mit Charisma-Fähigkeit Wie verrückt, offenschen Und anderen Sims kennenlernen An verschiedenen Orten Okay, wir müssen nach Hause Schnell nach Hause Nicht eigentlich in eine andere Richtung Wo ist der denn lang gelaufen? Simps-Logik, ne? Aber okay Wir sind zu Hause Und müssen erstmal hier Rechnung bezahlen Ja, bis jetzt noch bei der Arbeit Warum wir gerade noch zu sehen war, weiß ich nicht Weihnachtliche Deko lassen wir mal noch Ist ja noch nicht so schlimm Wenn die noch da ist Kennenlernen Verschiedene Orte Da müsste man ja eher woanders hinreisen Wenn hier keiner kommt Haus aus der Galerie einziehen lassen Haushalt aus der Galerie einziehen lassen Nein Aufräumen Er räumt erstmal auf Okay Und dann hat er Hunger und muss aufs Klo Öffnen Ein Gericht nehmen Verwenden Guckart die Musik Wie so schnell geht Gniu gnu gnu Gniu gnu Gniu gnu So So. Reparieren. Level Aufstieg. Level 2 der Fähigkeit. Geschicklichkeit. Bäh. Alles klar. Weil hier ja auch immer alles kaputt geht. Ich glaube der PC ist ja auch erst kaputt gegangen. Livestream. Hier geht alles kaputt. Guck mal da ist jemand. Wollte ich nicht vorstellen. Schnell das Klo sauber machen. Fertig basteln. Und jetzt der Person hinterher rennen. So. Spitzbübisch bedrängen. So. Minus. Minus. Genau. Setzt euch da hin. Die kommt leider nicht mehr weg. Entschuldigt. Tag fährt schön, Alter. Über neues Verspieler reden. Bewunderung ausdrücken. Befördert zu Star-Ingenieur. Boah. 1056 Simoleons. Simoleons. Pfefe. Pfefe. Sebastian wurde befördert und ist jetzt Star-Ingenieur. Er verdient jetzt 16 Simoleons mehr pro Stunde. Was ein stundenlosen Pfund insgesamt 63 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 633 Simoleons. Schildwache. Deine nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. 3 Tage. Man kann Urlaub beantragen. 3 Tage. Man kann Urlaub beantragen. Hey, die kommt da wieder weg. Gut. Sie haut jetzt auch ab. Ihm ist ja eh etwas gelangweilt. Naja, wir haben hier die ganzen Dinge übrigens so nah weggeräumt, weil das... ...war irgendwie ein bisschen nervig, um diese konzentrierte Stimmung da zu haben. Jetzt sind die trotzdem alle immer noch kokett. Keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkommt. Will ich mal einen Weihnachtsbaum? Tiefgrünige Unterhaltung. Naja, tanzt doch daneben, einfach so gummisch rum. Buch lesen. Kalt duschen. Weil kokett ist. Als wenn das hier was bringt. Kalt duschen. So, jetzt ist er glücklich. So. Hier hingehen. Und jetzt ist er wieder kokett. Kokett. Also irgendwas ist hier komisch. Er ist immer nur kokett. Oh. Geh mal pennen. Welches Bett hier wem gehört, weiß ich auch noch nicht. Ist doch egal. Geh einfach pennen. Hier auch noch. Auf. Ausschalten. Die Musik hier. Spinner. Ich glaub ich spinne. Ich sink ein Spider. Der Privatsphäre ist eh schon wieder weg. Jetzt haben beide schon wieder Hunger. Ich glaub die essen eh gleich von alleine. Oh ja. Ja. War mir klar. Der auch. Ja. Okay. Dann war's das im Prinzip auch schon wieder für heute. Erstmal essen wir hier. Wenn euch noch einfällt was man so machen könnte im Lopsplay, könnt ihr das auch gerne schreiben in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne das ganze Video favoritieren sag ich schon. Ja. Also liken. Oder teilen. Oder. Weiß ich auch noch nicht. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren. Morgen geht's ja weiter hier. Und ja. Bis dann. Und ciao ciao. Ja.